Also, falls du dann... Du weißt ja, wieso du bist. Jetzt finde ich da so eine Ordnerkarte. Das ist ja klar. Mensch! Tony, willst du schon noch eine Bank holen? Hallo! Die Bank? Ist ja gar nicht mehr da. So eine Riesen mit so einer Autobahn. So eine Autobahn? Wenn die einlaufen, mache ich hier. Das ist doch eine. Nee, ich meine kein Ding. Sollten wir mit Hilfe sie vorzutragen? Ich will mich an die Hinserzen bleiben. Ich muss mich eigentlich selber ausschluchten. Nein, nein, nein. Hallo, Felix. Warte. Alles richtig gemacht, das sage ich dir. Danke für uns auf den Fall. Danke für die Rose. Das ist ein typischer Tom-Livestream. Das ist voll krass, der kann einfach Handstand machen, dass er sich an seiner Decke abdrückt. Seine Decke ist so niedrig, dass er sich da mit seinen Füßen oben abdrücken kann. Tom sein Zimmer ist so eingericht, als wäre es ein Wohnzimmer. Ja. Aber er kann seine Füße annehmen. Deswegen. Luis hat er immer erzählt, dass er voll die krasse Handstand kann. Und dann hat der Tom das Geheimnis so gelüftet. Das macht natürlich nicht. Der Tony versucht eher zu überreiten, also die Bank mitnimmt er. Wo? Hey, wo? Was ist das denn? Die armen Rindlerinnen? Ja. 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 Ich kann einfach nicht auslösen. Meinst du, Sascha guckt gerade aus dem Urlaub zu? Ah. Doch, ja. Bei der zweiten hat er zum Beispiel schon zu Hause. Wo ist denn der über dem Urlaub? Ich kann ja schon aussehen. Ich kann ja schon aussehen, ja. Hallo, ich meine Urlaub. Wie smooth. Verzögert. Ja. Das ist die Kameraeinstellung. Damit das nicht so abgehackt dann... Ach so, wie beim Sascha. Ja. Okay. Also nicht wo lang. Also nicht wo lang. Normal. Wie smooth. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Das habe ich jetzt in der Vörterstunde gefragt. Ja. Also wirklich. Ja. Hallo wieder. Oscars 11. Das war doch geschrieben. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ich bin nicht raus geworden. Sasch. Und jetzt kommt der Chef. Punkt. Das geht eigentlich. Ist nicht viel los. Guck mal, das Fahrstuhl, wo es öde ist. Wo? Ist das liebend. Oh, jetzt geht's los. Was muss ich mir erzählen? Ich muss... Sie haben aber nicht die geile, frische Farbe, die Sonne zu mir. Black. Alter, ist denn das so kalt hier? Ich bin nicht Mist doll. Ja, in den Dings hier, in den Rücken ist man eigentlich schön windgeschützt. Aber war wenig bisschen warm. Was soll denn? Sorry, das Wort allen. Hallo und ein herzliches Willkommen zum Achtelfinale. Unsere Mannschaft, das SVG, hat sich zwei Runden wacker geschlagen und stehen nun auf dem Platz bereit, um es mit dem heutigen Gegner vom Empor Vossendorf aufzunehmen. In den zwei bisherigen Runden trat Vossendorf zu einem gegen die zweite Mannschaft, das SVG Milona, an und gewann gegen diese mit einem 2 zu 4. In der zweiten Runde schlugen sie die Mannschaft des SG-Traktors mit einem 0 zu 7. Zur Erinnerung, unsere Mannschaft gewann in der ersten Runde gegen den SV Wanne mit und konnte somit schon einmal einen preisenden Oberligisten mit einem 3 zu 0 aus dem Pokalrennen nehmen. Dies versuchen sie natürlich heute wieder. Schließlich zogen sie mit einem 1 zu 5 gegen den Höckenlufer FV ins heutige Achtelfinale ein. Faktum wird diese Partie das heutige Schiedsrichter-Team bestehend aus Florian Mai und seinen beiden Assistenten Nico Bignagewitz und Silo Klingner. Wir wünschen ihnen eine super leichte Fairplay und Respekt von allen Beteiligten. Wasser, kannst du mal versuchen das Bild in der Szene auf den Flüssern zu passen? Der rechte Rand ist dicht im Windel. Warum? Nein! Wo am Essen? Den Stoff bist du mit dem Bluthofer drin? Du hast gar keine Spielzeit. Leute, stell dir mal so, dass ihm noch jemand rausläuft. Das ist wirklich so ein Fall. Der genau das da nimmt. Wo tut das? Doch, fast nicht. Halt! Wir kommen nun zur Aufstellung des heutigen Gegners. Der Trainer Sven Möhles hat folgende Start-Apps kombiniert. Im Tor sind der Nummer 1 Tristan Thiede. Die Nummer 4 Johannes Eckstein. Die Nummer 5 Jörg Sieben. Die Nummer 7 Tom Hoffmann. Die Nummer 8 Matthias Fanke. Die Nummer 9 Florian Gamal. Die Nummer 13 Maik Schäfer. Die Nummer 14 Otto Schober. Die Nummer 17 Fabian Heile. Die Nummer 20 Valentinzimmer. Und die Nummer 22 Teja Oma. Auf der Aufwechselbank sitzen die Nummer 10 Sebastian Kaugmann. Die Nummer 2 Dominik Lose. Die Nummer 6 Eric Richter. Die Nummer 16 Luis Jenisch. Und die Nummer 23 Finn Grimma. gestern machen. Und die Nummer 14にな tellen. Du bist so einig. Sehr ruhig. Und jetzt ist nun die Startelf unserer Heilmannschaft vom SVG. Trainer Silo Klaus hat heute Startelf nominiert. Im Tor die Nummer 1 unser heutiger Kapitän Pierre Oertl. Dann die Nummer 4 Ben Würfke. Die Nummer 6 Tim Jungnigel. Die Nummer 7, unser Lieblingsportugiese mit vielen Namen, die ich jetzt sicher alle aussprechen werde, die Nummer 8 Jonathan Wittsch, die Nummer 10 Marvin Hamann, die Nummer 12 Lukas Riebel, die Nummer 16 Jason Müller, die Nummer 17 Jonathan Öffning, die Nummer 19 Sascha Hörschel, die Nummer 20 Keilich Kunze. Auf der Ausschreibung von drei für ihren Einsatz sitzen die Nummer 2 Ellen Würfke, die Nummer 5 Colin Hamann, die Nummer 9 Dominik Kästner, die Nummer 13 Maximilian Seidl und die Nummer 18 Lukas L. Aulhorn. Wir wünschen allen entspannende Spiel, Fair Play und viel Spaß. Den Mannschaften lassen sich auch maximal erfolgen. Steh, komm. Hast du es gar nicht genommen? Nee. Ich hoffe nicht, ich mach's dir so schön. Immer. Und kein dummes Gelaber. Genau. Das sind meins, die freiwillig noch. Nee. Ja, aber das sind noch 12 Jahre, bis du meine Alter kommst. Das ist gar nicht so cool. Du kannst aber auch, wenn du willst, nochmal wandern mit dem. Papa! Für den Film einfach, sitzen die Zuschauer im Bild? Ja, Sascha, mach mal. Ja, Sascha, mach mal. Wollen wir eine Sünder noch? Sitzen die im Bild? Sehr schön. Hey Felix, ruf mal, mein Vater, dass ich mal hintergehen soll. Tief. Kann ich ein Stück hintergehen? Gut. Ja, gut. Das weißt du. Ist etwas zu nüchst. Ich mag seine dumme Mütze so reden. Okay, danke auch. Das fand ich jetzt gar nicht so. Wauw, was? Ist das jetzt das Fremdchen noch? Was? Ne, mal, sowas funktioniert. Ja, das ist gut. Lendet das jetzt hin? Nein, eine andere Waffe. Nein, eine andere Waffe. Ja, ich bin mal gut. Finde drin! Ach, das ist so toll! Nee, krass, jetzt. Pulsiert! Arbeit, Ebi, komm, Arbeit! Sauberarbeit! Ja, 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 ja! Und weg. Gut gelöst, Männer! Raus, go, hey! Oh Gott! Aufmerksamkeit, aufmerksamkeit und aufmerksamkeit. 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 Natürlich kostet die Backwurst so 3 Euro. Ja. Klopfen wir halt nie, kannst auf Rauchen gehen. Das ist so eine Backwurst. Ich brauche ganz viel Bier für die alle. Ich weiß nicht so viel mehr. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen zu bockig. Das ist so ein bisschen zu bockig. Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Das ist so ein Problem. Das macht ihr gut, Nenno! Das ist so ein Problem. Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? So ein Problem. Wie kommt ihr? 07,1 Euro. 1,2 Euro. 3,3,3 Euro. 6,4 Euro. 3,4 Euro. 3,4 Euro. Schau, jetzt haben wir das ab. Schau, jetzt sind wir das ab. Schau, jetzt sind wir wieder. Schau, jetzt sind wir wieder. Schau, jetzt sind wir wieder. Oh, schön in die Mücklein. Schau, jetzt sind wir wieder auf. Schau, jetzt sind wir wieder auf. Was du der andere machen? Wer geht? Du bist aufgestanden. Alex und... Den kriegst du nicht. Der liegt noch hinten. Naja, noch. Warum nicht? Was ist das aus? Das Schwein. Da hat er gespielt. Das hat doch angerufen. Was soll? Ich rede mir erst mal mit der Michi, weil sie die Höhen sind die Hälter. Was ist denn die Fähler da? Der macht halt die Schichtler da drin. Wie alt war das? Das haben wir mit der Michi reingepickt. Nee, definitiv noch. Die hat ja über alles verdenkt. Was soll? Jawoll, da zu vielem. Jawoll, da zu vielem. Die sind die Schichtler. Die sind die Schichtler. Das ist die Schichtler. Das ist die Schichtler. Was ist das für ein Flughafen? Was ist das für ein Flughafen? Was ist das für ein Flughafen? Ja, das ist sehr gut. Gut, 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 gut. Dreh auf, Freunde! Ich habe das schon gewert. Was ist das für ein Flughafen? Am Endeffekt! Am Endeffekt hat er wieder nachgegangen. Ich habe die Fläge gegangen. Auf, auf, raus! Auf, raus! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Alle! Danke, Dani ist der Krumpelhahn. Also, keine Angst. Die sind auch angeboten. Wir kommen dann gestern Abend, aber dann zu spät. Ich bin da auch nicht wieder, Max. Max! Scheiße Frosch! Das ist die Flüchtige! Sascha, das weiss ich, das macht schummauf! Bei zwei Wochen verlaufen wird. Willst du meine Bräutchen? Das wird ja niemand von der Unrufszeit abgezogen. Das wird ja nicht komplett aufgezogen. Ich bin gefroren. Was warst du bei deiner Mutter? Ja, ich sehe, wo... In Dommer. Ich weiß es nicht, wo... Ich weiß es nicht, wo... Jetzt, jetzt! Jetzt! Schuss! Schuss! Mach' morgen! Aufschluss! Das ist jetzt auch mal ein bisschen. Schmarr! 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 Da ist doch hier ein bisschen Ketchup zum Brot. Das hört sich eigentlich an, ja. Ja, den Appel. Ja, den Appel. Haben die Roladen geschmeckt? Nein. Hallo. Und sagt er nie Hallo. Wir haben ihn ja heute schon gesehen. Ja, mich nicht. Scheiße, erlauben es. Was? Was ein Ding. Aber die Ezo-Ding kommen so. Ich ruf, der Flugzeug ist gleich die andere Seite. Wir stehen gerade am Ball. Das ist der Brot. 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 Und die Stich. Das ist der Brot. 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 Hast du Gel oder Spray? Das ist der Brot. Ich brauche Spray. Aha, ok. Ich bin auch in Deutsch. Scheiße, dann wollen wir was. Das ist der Brot. Der ist wärmer wahrscheinlich. Ah, boi. Ich bin jetzt schon 8.000 Euro mehr. Ich sage, du bist 10.000 Euro mehr. Ja, wo musst du, wo musst du? Ja, der Hund aus der Platz. Das gibt es so alles vor. Witzig. Ich weiß nicht. BAM! Alter, meine Hände sind so kalt. Ich kann nicht mal mehr zoomen. Wirst du meine Hände wechseln langsam? Nein, das wird nichts. Ich glaube, da geht das Handy eher auf den Leuten. Jetzt würde ich meine Hände wechseln. Dein Handy ist doch egal. Na klar. So reich wärst du gar nicht, um dir das Handy zu leisten? Das Handy, das mach ich mir drauf, monatlich. Na klar. Vergesst. Noch zwei Wünsche. Nur zwei Wünsche, seine Frau. Noch zwei Wünsche, seine Frau. Jetzt bleibt noch eine gute Gäste. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, der Aue-Max ist auch der Aue-Max. Was ist der Aue-Max? Der Nachbar-Max ist auch der Aue-Max. Der Nachbar-Max ist auch der Aue-Max. Ich bin auch der Aue-Max. Oh, oh, oh! Ein Ball für die Fans. Schaut er. Schaut er. Und jetzt? Nicht. Ne, Mann. Da ist er. Wo ist denn die Brille? Ja, aber kurz Warnmann mit den Fußballschuhen. Und jetzt? Ja. 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 Ja, komm weiter. Oh Gott! Oh Gott, du bist so! Ja, ich bin so! Ja, ich bin so! Ja, ich bin so! Ja! 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 Ja, ich bin so! Ja, schon ein bisschen. Ach, voll. Ich schnaufe länger. Meine Hände frieren gleich ab. Wir halten. Wir halten. Wir halten. Wir halten. Wir halten. Wir halten. Fussball-Experte. Oh ja, schöne Bocklampe. Das ist gut für du nicht da! Ja, ja das klingt mal an! Das schickt raus! Oh ne! Ja, das geht nicht. Oh! Ja? Ich weiss nicht, du. Aber das sieht ja aus wie 1. Ich weiß nicht. Ja, das Farbenbürsel. Hektisch gerade. Ich habe gedacht, ich habe das drauf, aber war nicht so ganz. Ich habe noch eine gute Frage. Ich habe noch eine gute Frage. Ja. Der Max kommt ohnehin in die Welt. Ja, das ist auch gut. Aber trotzdem, um zu spät, ist es ganz viel. Ich bin nicht so gut. 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 Ich habe es nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Das hat viel Spaß beim Badebild. Das stand mit dem schon noch untertäuschen, Entschuldigung. Jetzt hab ich halt geschrieben. 750 Jahre Steve, der Sascha. Er hat sogar eine Bude gemacht, der Steve Böhm mit dem Königs 11 Meter. Glückser. Hier oben rein! Oben, Oben! Die Beine gibt's mit dem Fluchrechner. Hier, Mucki sind die Öffner-Zuschauer. Das geht so, das fand ich geil. Jawoll, Pär, gut! Jawoll, Pär, gut! Mucki, 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 Mucki. Sieht nur, Sieht nur! Sieht nur! Sieht nur! Gut! Sieht nur, Sieht nur! Wenn der mit ist, kannst du... Das glaub ich auch. Da ist die Laufsader 05-0. Da sind die Laufsader. Das ist der Laufsader. Damit die Nachfolge essen. Oh hier, Dreizehner, zieht ab. Ich glaube, Sonne wäre mehr. Stunden haben mir gefehlt und meine geplanten, meine Klappladen auch in der Seite. Ich dachte, mich doch irgendwie in kurzen Sachen spielen kann. Ja, hat er. Hat er. Zumindest von oben habe ich keine Sonne gesehen. Da war ganz fisch. Ganz genau. Der muss ja in der Mitte machen können. Das kommt jetzt die Arbeit in der Mitte. Der wird immer wieder hart. Der wird sich nicht mehr an der Mitte. Der wird nicht mehr an der Mitte machen. Der wird nicht mehr an der Mitte machen. Nein, wir haben jetzt das nächste Spiel. Wir haben jetzt sechs Wochen Pause gegeben. Da ist der polnische Flakke. Ja. Das Bild hier hat die Brüder, die jetzt gemacht haben zum Altenbergspiel. Hast du so fett gesehen, wer hier das V-Berg angemacht hat? Nee. Ja? Ja, jeder Klasse würde den erkennen, der das angemacht hat. Ach so. Nächster, wer dabei war? Ich weiß, was er angezündet hat. Das hast du auf den Blick gesehen. Oh, was? Da hat der Stecher, der Schuster, ich und der Flaming. So, schöne Freischusspulse. Mö, schön, dein gewissisches Bett. Ich weiß nicht, warum du nicht gespielt hast, weil du jetzt sitzen hast. Wo sie denn? Ja! Oh! Fert sich wieder her rausbreitet doch? Na, mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Miep, 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 miep. Schämt das mal lieber Meiler. Wie viele Zuschauer? 30. Mehr als Junge. Ein Ball! Was ein Abschlag! Das macht ihr die Scheiße. Aber schon eine. Jetzt sag ich das eigentlich. Das war warm, ne? Oh ne? Das ist Geiles. Es ist Geiles. Aber der Atem ist ein warmes. Das ist das Brottoverwinken. Das ist das Brottoverwinken. Das ist ja nicht einbrichtig. Das ist nicht einbrichtig. Dann hat das nicht gebeten. Absoit. Absoit. Das ist doch ein Ball. Da hat der Publikum. Einbrichtig. Der hat die Spitz in seinem Leben. Der hat die Spitz in seinem Leben. Er hat den Spitz in seinem Leben. dann ist ein bisschen das war ein Rundes Nice! Das ist jetzt noch gut Was der Hundes ist, ist denn da kein Witz? Weil jetzt sind wir das Louren Variante unteruem Das ist jetzt gleich noch nicht so wie kann ich noch machen? Wir werden noch lange, sondern ... wie kann ich noch nicht sagen? Ich kann es nicht mehr auf den Aten in den nächsten Mal und wie soll es nicht mehr und ich bin richtig Die machen die ganze Zeit das gleiche. Jawoll, schönes Ding. Fürstdach? Oh, Mensch. Rapsch. Was ist denn mit dir? Ich sollte dich jetzt draufsetzen. Dann die Naht frisch, bleib. Es gibt doch eh der Hände drüber. Was ist denn mit dir? Wetterbier! Prost! Hoi! Der sieht auch Bonny aus, der letztlich hat er Haar-Juggen gespielt. Er ist ja auch wie 25. Er hat den wohl zum Pokal wieder gespielt. Der Krüsch! Das Spiel gewonnen? Trotzdem, ja. Du hast... Nein, du hast keine Nöte gespielt. 6 Stunden. Halt! 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 Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Was machst du denn? Nein, nein! Ich schreibe den Kopf! Auf hier! Auf hier! Au, Scheiße! Danke! Hey! Hey! Seiste Hoffenheim! Ich bin drin! Ich bin.. Oh ja, umfackel, 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 umfackel. Ach, kein Stich sieht er. Wie ne Geld gibt's? 70 Cent. Reicht doch? 3 Euro. Oh, richtig. Oh, voll! Ruhig, Scherze, ruhig! Alter, Lukas, kannst du bitte weg. Der nervt mich, der legt sein Bein jetzt auf, der setzt sich auf mein Bein. Scheiße. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Jetzt muss ich ihn doch mal ins Almen schütteln. Ja, nein, 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 nein! Das ist Sturle fallen gelassen, 100 Wochen. Ach! Fass mich rein. Wir situieren다. Hab ich schon. Steck mich jetzt hin. Aufs Grass? Afterdle. Tschaddi, setz dich, Tschaddi, setz dich hin. Wie? Jawoll Tschaddi. Nee, nee. Die hätten sie gemacht. Was? Ey, steh schon. Moin. Der hat heute wieder keine Spielzeit gekriegt. Das ist doch egal, wenn sie dabei sein zählt. Das ist alles. Ja. Sarah für mehr als auf der Aussage. Das hat sie gereicht. Ich bin klar, ich bin gestoppt. Ich war noch nie drin. Alles gut. Ja, schon immer so. Du lachst jetzt hinten. Der habe ich schon weggeschickt. Mehr klassische Mannschaften steigen. Alles? So. Bei FIFA, oder? So. Wie steht's eigentlich bei dir nochmal? Jetzt, jetzt. die ich nicht. 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 Was? Kannst du mal öffnen mich anzufassen? Mit welchem Schatz eigentlich? Mit welchem Schatz du immer? Mit dem Schatz. Okay. Ne. Mit dem Schatz. Ah, okay. Fabio. Ja. Leeren. Leeren. Wenn der mal da ist. Die Batteries. Ausreichend geladen. Und jetzt wer denkt's? Ja. 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 Das ist trotzdem. Bibi. Du musst das machen, bitte. Jetzt hat sie's nicht. Ich habe wo ein Treiber hingeguckt und da war ein Treiber nicht zu sehen. Das sagst du? Na klar. Ja. Ich muss mich ja umgewinnen weißt du, weil beim Sascha läuft das ja nicht so. Das ist so smooth. Das ist so smooth. Du bist so groß. Ganz toll. Ich bin so sehr gut. Dankeschön. Sehr gut. Danke. 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 Ja, das soll eigentlich nur tausend sein. Ja, der Kostab. Boah, Junge, nach Schärm hier. Hast du mal immer stoppt? Ja, du. Ja. Ich will auch bei Possen brauchen. Ja, du. Ja, du musst dich nicht machen. Warum hat denn jetzt eigentlich der Hooligan seinen Fall genommen? Ja, das sind die Gruppe hoch. Jetzt sind es schon vier Leute. Was für Gold und mich, hä? Warten Sie selber ein Geld habe ich nicht gemacht. Ja, hey, hey. Oh Mann, Mann! Oh Mann, Mann! Oh Mann, Mann! Ja, ich bin ein Moment nicht gemacht. Ja, das ist auch ein Räder. 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 Das ist auch ein Räder. Oh Mann, wenn du auch nehmst. Wir brauchen die ganze Zeit. Bring ihn weg und heule wieder. Nein. Das ist kalt. Nein. Jetzt in der polnischen Össi ist es warm, oder? Doch, eigentlich schon. Also... Wir fühlen uns ja ab, wenn man sagt, es ist bestimmt ein T-Shirt da. Möglich? Ich hab das noch kurz vor. Was war das? So, der... So kacke wird das. Jawoll. 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 Beim Sascha sind 35 Grad. Frau Stein. Ne, sagen wir ehrlich, Sala. Schuss. Schuss. Ein Name. Ich hätte Uwe gesagt. Keine Chance. Ist das gelb? Ist das gelb gekriegt? Ich weiß nicht, wer gelb gekriegt ist. Ich verstehe nicht. Ja bitte. Nein, das hat er so einer reingespringt. Ach, von der Bahnrad. Ja, das soll ich dann sagen, das hat so gemeint. Ich hab mir gedacht, da rein. Ich hab das gelb gekriegt. Und dann zur Ecke geklärt. Jawoll. Hör, Hör. Hör, 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 Hör. Was ist denn Mensch? Ah, okay. Polnische Ostsee fast 35 Grad. Also hat irgendein anderer reingeschickt, oder? Wir haben Marit Wewe oder wie? Polen hat sich gerade irgendwie... Klimawansinn. Die sind kurz in einer anderen Zone. Ich dachte, das ist jetzt bei Polen. Die sind kurz in einer anderen Zone. Ja! Hallo! Los, 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 los! Der stand nicht so scheiße. Und den hat sich sogar getroffen. Ich schwirre von Eidling und noch sieben. Alex war bei der zweiten Herren, bei euch. Das ist ein lieber Übel. Ja, bei der zweiten Schwester. Dann sind wir hierher und vor uns in den Chef. Ich bin Gangsraut. Ja, ich bin Eidling. Und dazu bin ich. Darauf bin ich schon. Ich bin切 400 Tage entdecken. Ja! Esat wird wieder. Das ist ja ein Twitch-Crime, aber nicht. Danke dafür. Marie, danke für den Follower. Ja, sauf mal. Sascha, nächstes Mal andere Kameramann, bitte. Wenn ich die Abschlussfeier gesehen habe, was ein Schuss. Oh, der Tim. Das war der Geist. Da ist immer noch eine Brotung. Einfach ein Brotung. Fett gestimmt. Fett gestimmt. Nein, das muss die Biete machen. Ich hab mehr geschwitzt als die. Nee, Sascha, der Stenker mit mir. Stenker gar nicht. Ich brauch nur ein bisschen Meinungsverstärker. Ooooooh! Echt? Ich muss sagen, ich hab Schiago gesehen. Was würde das? Seid ich nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Das darf ich nicht. 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 Malte Elis, Fußballgott. Das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Das darf nicht. Oh��! Was ist denn dabei? Hör auf den Ball! Hör auf den Ball! Hör auf den Video-Bereich! VAR! Hör mir wieder! Dass der keine Runden kriegt! Was? Das ist ja der geilste Freischuss! Der reingeht, ne? Guck mal, da steht er wieder, ich weiß gar nicht was er hat. Kannst du da seine Kauleiste zumachen? Kann sein! Dieser Tim, Alter! Dieser Tim, Alter! Das ist geil! Das ist geil! Das ist geil! Dürfte auch gleich Schluss sein! Ja, ich weiß nicht! 45. Das müssen die so selber machen! So, dann geh ich gleich! Das ist geil! 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 Der 13er hat den Sascha angehobt, während er den Einwurf machen wollte! Der ist geil! Der soll sich erst ordentlich gesunken! Aber ein Fehler zu auch! Du musst immer wieder zu gesunken! Die arme Wähler! Eigentlich muss ich reiches gehen! Ich kann sie auch schwer! Halbzeit! Wuhuuu! Der hat mich was gebraucht, der hat gesagt, hat er zu viel geschehen, hat er zu viel geschehen. Du hättest sagen müssen, ich habe es besser gesehen. Da war ja nichts zu finden. Ski-Aggle? Ich fand es ja geil. Ich weiß gerne, wie ich das hier machen muss. Das ist richtig schön lange in der Kälte. Ich soll jetzt nicht mehr zurück, dass du auf der 5.4 bist. Ich weiß nicht, morgen wir Räder wechseln doch. Danke. Jetzt haben wir die Kälte. Einfach irgendwas Rot noch mehr. Du hast die gespielt, kannst du die Bälle holen können. Mit dem Klima. Du hättest keinen Druck. Wie war es eigentlich mit deinem Einwurf? Der war so geil. Der war wirklich geil. Direkt wird es ausgefeuert. Der war so geil. Der war so geil. Der war so geil. Der war so geil. Aber klettern kann er. Klettern kann er. Das kommt richtig gut. Der hat das. Der war so geil. Der hat das. Die kriegt es. Jetzt durch die Drücke. Das ist man nicht. Du kannst jetzt den Baum spielen. Da würde ich schon mal einen Ball rauskommen. Dann loswerden. Meinen ist scheiße. Das ist mein. Ich glaube meinen ist krank. Ja, den ist voll. Du kannst meine Brachten. Das sind so viel schön. Das sind so viele Trachten. Bei den Chofalen. Das ist nur das Kabel. Eigentlich. Ich glaube es ist eigentlich Kabel eingepackt. Schnauze Wie schaffst du den? 2. Ja, ja. Alle sind alles krank. Alle haben wir beide schon mal gefangen. Das war's für heute. Wenn ihr jetzt das nächste Mal habt, dann schon weiter. Ich hätte mich noch ein bisschen schön. Sehr lange! Sehr geil! Es wird das nicht. Ich hab gedacht, das ist ein bisschen schluss. Ich hab' mir auch vorhin überlegt. Das ist ein Teil! Ich hab' mir auch vorhin überlegt. Dann weiß ich noch nicht mehr. Das ist ein Teil! Das ist ein Teil! Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber nur vorsichtig. Los! Ich bin sehr gespannt. Das ist eine tolle Arbeit. Ekelhaft, diese Jungen. Der hat auf dem Hüttenwickel. Außer wir noch an den Fischern haben wir angegeben. Der hat auf dem Hüttenwickel. Ich habe mich gefreut darüber. Das ist so ekelhaft. Am Donnerstag? Ja. Wie habt ihr jetzt eigentlich sechs Wochen nach Hause? Weil Sagen. 5 Wochen? Nein. Am Donnerstag? Nein, das kann doch nicht sein. Du musst die Trainer fahren. Ich habe das im Hinterkopf. Ich habe das auch noch mal unterlegt. Keine Idee. Ich bin schon noch nicht fertig mit der Schule. Nein. Auch für jemand anderen. Ich habe sie bitte wieder offen. Aber ich bin schön. Das ist der andere hier. Warte, wir müssen hier. Das Frühling geschehen. Ja. Ich mache so was. Ja, ja, tschüss. Eier. So schnell bist du wieder hier. Mach mal kurz alles runter. Da gebe ich das Lippo. Siehst du das ist Lippo? Das ist Lippo. Das ist Lippo. Ich bin schon ein bisschen. Fass mich zu. Das ist Lippo. Das ist zu glatt. Du möchtest du da drauf sitzen. Ich bleibe hier sitzen. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen. Zum Glück sitzt du da dort. Der Lennox hat das alles umgeschmissen. Ich seh ja nirgends ohne Lennox. Der holt, der holt Dings. Zum Glück sitz ich hier, ne? Ich saß hier zuerst. Und ich saß hier die ganze Zeit. Du hast heute gespielt, du bist da besser. Genau, Effekt. Da spielen wir jetzt aneinander bei. Ich guck dir, komm, komm. Hast du Kaffee oder was hast du? Nee, das war ein Kühwein. Kannst du auch sippeln? Ist von dem war der? Das ist sicher nicht, aber der stand die ganze Zeit. Oh! Zum Glück muss ich mich stellen. Oh! Oh! Kannst du auch mal ... Und? Auf jetzt. Was soll ich sagen? Wow! Ich sehe es doch. Ich nehme ihn wieder. Hey, Benni. Das ist schon ... Ich muss dem sagen, ich habe auch schon vorbei. Ja, ja, ich weiß, dass er so schön geschrieben hat. Aber ich weiß noch nicht ganz, wie das geht. Meine Hände. So, dann muss man ein Tutorial reinschreiben, wie das geht. Fibi? Wie ging das hier mit den Kunden vorgeschwinkt? Du gibst das hier ein. Ah! Zu Schlup? Oh, hier. Und dann auf den Winstern-Battle und dann kannst du auch in den Lassen. Hedge will slösen. Scheiße. Wo ist? Der Klemme hier wieder nur am Quarzen. Kein Wunder, dass er nicht spielt. Kein Wunder, dass er nicht spielt. Ich wollte gerade sagen, dann Wunder, dass er nicht spielt. Kein Wunder, das ist normal bei dir. Wir haben dich noch nicht spielt gesehen. Auf der Absechse. Dynamo und der Verlängerung, Felix. Was ist deine 1-1-Klopper? Gegen Chemnitz. Gegen Chemnitz. Ich guck mal. Ich weiß nicht, ob meine Daten funktionieren. Ja, die reichen. Hey, wie fährst du denn? Ich guck mal. Scheiße. Das geht nicht. Oh. Was hast du kurz gesehen? Wie hängt das? Wie hängt das? Ja, da steht dir der Ergebnis so in'sapp. Oi, 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 oi. Wer hat eigentlich von Geld gekriegt? Der Maxi Bars. Ah, übel Täter. Weil mir schreckt er es nicht. Die schreiben, dass bei Google erst rein in der Sendung ist, müssen wir die Dynamo abgucken. Ich habe jetzt die Dynamo abgucken. Ich habe jetzt die Dynamo abgucken. Aber Dienstag auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Donnerstag dann Loftraining und dann sollte es werden. Vor allem, wenn du gegen das Sinkram machst, das ist die einzige, wo es so gewackelt hat. Im ganze Sinkram. Das einzige. Das ist so schön. Eierleckmann. Junge, Pult muss man. Ach echt. Finde ich doch ein Deutscher. Was ist das? Deutschland ist immer kalt. Jetzt geht es in der Sendung. Jetzt geht es noch. Steuze nochmal. Das ist leicht. Ja. Seiden noch schneiden und dann passt. Macht es. Ah, nicht von der Impfung. Schneide ich dir. Ich habe wirklich mal überlegt. Ich habe einfach mal ein paar Maschinen bestellt. Eieiei, die Fresse! Was mache ich eigentlich mit den Kindern? Das tut mir voll leid. Das geht... Das tut mir voll leid. Das tut mir voll leid. Das tut mir voll leid. Wie groß hast du eigentlich? Was? Sind wir größer aus der Knochen? Hä? Hä, nein. Leute? Nein, gut. Max, ich krieg's doch nur. Dann müssen wir vielleicht den nachher umgucken. Genau. Kannst du gar nichts machen. Mach's denn? Ja, 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 ja. Nicht schon. Nee. Wurde sie morgen? Hä? 9,7 Zuschauer. Was würdest du machen? Oh! Das sind auch die Zuschauer. Alle haben so gar nicht mal geschaut. Lass mal Felix reden, Felix. Nein. Bitte, nein. Kann ich reden? Der Klimt reden. Ich will reden. Ich würde den Fall gerne sehen. Du siehst den ja nicht, du hörst ihn ja dann noch. Moin. Moin. Eigentlich muss der Ecke durchsagen. Der Ecke. Ich würde aber auch ein Fehler als Ansagen nicht mehr. Ja, was kann man hier umgesetzt? Auf geht's zu sein Zeitzeit. Wir würden uns gerne mal bei den ganzen Zuschauern heute hier bedanken, die Ecke von der Ecke, das ist heute die ganze 97 zahlende Zuschauer anwesend wird. Deswegen vielen Dank für die Unterstützung. Ein bisschen willkommen ist im Wohnhof. Wuuuh. Im Stream ist um 30. 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 Krumm, pfeife los. 97 Jolz sind dort hergekommen. Merk. Im Stream ist um 30. 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 Um 30. Da ist er auch technisch fein. Das reicht auch nicht. Nein, reicht nicht. Lang nicht. Meine Mutti. Achtung Kamera. Ja! Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Der Sechsenvortste. Der Junge. Kann ich sein. Der Junge. Der Junge. Der Junge. Die 46. Spielrunde. Tor für uns das SVG. Tor für fünf mit der Nummer sechs unser Tim Junge. Fuß voll. Gott. Du, Zigaretter. Ach man, jetzt hat mich das Tor nicht drauf. Guck mal, da ist schon das Endschlöfe von fünf. Hast du hier umgestellt eigentlich? Ja, ja, hab ich gerade gemacht. Ach man. Ich kann das. Ja, vor allem mach du. Du kannst das richtig krass. So, jetzt der Torwart von... Was macht er? Was ist denn das? Ja? Ja, Mann. Das schreckt mich auch sehr auf. Ja, mich auch. Das war das Endschlöfe von euch drauf gewesen. Ja, 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 ja. Ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Jawoll! Ja. Nimm mal in der Hand. Das geht nicht. Soll ich nochmal zwei nicht hin zum Ball? Das ist der Tim. Alter, der wisst ihr nicht. Der ist schon in der Hand. Probier's. Der ist mehr wie viel. Der ist schon in der Hand. Der ist schon in der Hand. Der hat am Mittwoch zu viel Eintritt. Ich hab 3 Euro Eintritt bezahlt. Echt? Ich muss gar nicht bezahlen. Ja, weil du Feinzelklin bist du Helm. Und dein Vater Trainer ist. Ist er eigentlich schon? Nein, der Trainer muss bezahlen. Ja? Hey, Jugendtrainer aber nicht. Dein Vater muss nicht bezahlen. Der Trainer ist einfach. Muss auch nicht bezahlen eigentlich. Der musste bezahlen. Ja? Musst du auch nicht bezahlen? Na ja. Du hast vorher nicht. Sag's ihm. Du kannst ihn doch nicht festhalten. Morf! Der steckt brav. Da hat er schön laufen lassen. Boah. 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 Schön, wie du das hast. Du riechst die Ecke auf die Frage. Ich werd lieb. Hey! Oh ja! Höö. Oh ja, Rico! Oh! Oh ja. Oh ja. Schön verlängert. Du riechst die Ecke. Das ist raus. Wie geht's hin? Warte. Warte. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ah, da war ich noch nicht. Ja. Geht mal weiter? Ach nein? Nein, okay. Warum hast du nicht mehr da? Warum hast du nicht mehr da? Entschuldigung. Nein, okay. Nein, gut! Ich habe eine Mutter, die Frau in der Nähe. Sie haben sie noch nicht. Das war so eine Sache. Nein, nein. Oder hatte sie es gar nicht gesehen? Was hat denn gesagt, sie haben sie nicht. Sie haben sie nicht gesehen. Soll ich so eine Zehnfette wegnehmen? Das ist ja erst mal auf die Bank. Ja, wir müssen mal auf die Bedrohung hin. Das ist ja genau! Mach's ja du! Schießt das Ding rein! Oh mein Gott! Einfach mal durch Folgen! Da hätt's mal vorne Gorklitz mit dabei sein müssen, aber der ganze Platz wutschig. Schön auf der Alm dort oben! Auf der Alm! Ich hatte heute anstrengendes Spiel! Ich hab keine Minute gespielt! Mach es bitte! Der kann stehen! Der kann stehen! Der Klemme kann stehen! Danke, Lena! Oh, FC! Oh! Oh! Jetzt los! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Und jetzt schießt schon noch an! Gelb! Ich hab mich schon mal in den Karten. Ich bin nach vorne. Der war ja dort. Das ist nicht mehr dort. Alter, Fahrrad, wie? Was ist denn mit dir? Ja, ja, klar. Setz dich jetzt hin. Ich muss in Dresden anfüllen. Sieht zu, den Reisabend. Mit Salz. Gemeinsam. Ich weiß ja. Ja, voll. Boah. Nein, nein, nein. Kannst du mir anspülen? Baby, Baby. BAM! Und die andere nach drei Minuten auf Platz sind. Ja. Und keiner hingeht und alle nach. Ein Problem für sich. Mann. 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 Beide simplestale. Komm nach目 pro Stunde. Ami. Ami. expressedなんですió est des They're funded, We need to know what they were from. I have an absolute 18-year-old. Oh, Hör. Got me in Dresden. Der Fünfer, der ist so schön. Schade. Guck. Bamm! 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 Das ist so gut! Oh ja, steh ja! Oh, schieb ihn rein! Jawoll! Oh, schieb ihn rein! Oh, schieb ihn rein! Oh, schieb ihn rein! Ja, oh! 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 Komm rein! Komm rein! Ah, süß! Das ist gut! Ja, Mann! Das ist gut! Ich bin der Simon eigentlich! Bis 56! Ja! Komm, Sascha! Wie immer! Toni, der mag dich nicht, deswegen hat er nicht auf dich geordnet. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Ja, 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 ja. Komm jetzt, ist er schon beim Gegner. Halt, 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 halt! Warte, halt, halt! 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 Die alten Berger hier wieder am Hetzen. Ich sag's nochmal wieder. Das ist so ein Team! Halt! 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 Oh ja! Allein, allein! Jawoll! Kriegt er nicht, kriegt er nicht! Doch, doch, kriegt er. Schade. Den Herre, der hat Leben nicht gekriegt. Nack, 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 nack. Tulli, so... Schönes Ding! Hast du ihr Vertrauen in dein Handy? Hast du Vertrauen in dein Handy, dass es wirklich sein kann? Ja, ich habe selber Vertrauen in mein Handy. Oh, da hat er einen stecken gelassen, Igor. Oh, im� photo... Oh, ja, wo... Macht NICHT zu viel Macht NICHT zu viel Oh! Wow! Allein! Nur, der ist guckst ihm denn was! Nee, ich sch crystall! Ja, wir kommen hin Jetzt fühlt der Max sich schon belästigt, weil ich schon auf der Kamera da fahre. Das ist so kacke. Boah wie ich. Stark. Boah. 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 Eppi. Boah. Eppi. Boah. 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 Der wollte dann spekulieren. Da ist er richtig in seinem Element. Juri, helf! 13er, gell. Da muss man klattern. Der dreiste, das ist so ein Moritz Felker. Nur mit so langer. Mach den! Das ist ja mit Anspruch. Oh, mir ist es umgeteilt. Oh Gott! Das ist wie eine... ...ropfen. Der drüben der Scheiße abdrehen. Hey! Das ist gut! Wie kann ich schießen? Und in die nehmt alle! Das ist gut! Das ist gut! Alles gut! Auch manche Essen hat alles richtig gemacht. Ich weiß noch nicht, wie er runterkommt. Der Lukas gegen... Nee, der Ben. Ben gegen Lukas. Wir bedanken uns bei uns bei Nummer 4, Ben Lötgen. Neu auf dem Platz, Nummer 18, Lukas Joel Auge. Wir arbeiten! Wir stehen da hinten. Ich glaube, ich halb hier heute. Der Schwer ist aufgeräumt. Der Schwer ist aufgeräumt. Ist da jetzt noch aufgewechselt? Die 2 ist rein und die 9 ist auf. Bei den Gästen wurde aufgewechselt. Raus vom Spielfeld runter ist die 9, Julian Gamalea. Und drauf ist die Nummer 2, Dominik Rose. Einfach hinzu. Ich muss die Freude kommen. Im Chinesen. Wir müssen hier Ausländisch lernen. Wir müssen beim Niedrunner Westen. Wir müssen... Paul... Ersten Igor Bernardo... Nee, Igor... Igor... Paul... Igor Bernardo... Paul sollte gar Brito nicht aussprechen. Aber dann bei so einem Kurznamen. Jawoll! Alles ruhig gemacht. Ey, der Rosen! Der Rosen? Der Rosen? Ja, ich weiß. Schlochkotzkacke. Falt, das juckt so absolut keinen. Ich trink da weil ich ja die Spätsinne. Ich zeig euch ja. Das merke ich mir auch. Ey, klimme! Wenn ich das entstande... Klimme! Ey, Bela setzt sich hin. Da fährt alles gerade. Ja. Achtung! Nicht gegen das Cam! Da haben wir dein Gesicht drinnen gesehen, oder? Da haben wir dein Gesicht drinnen gesehen, oder? Ja. Ja. Jawoll! Ja. 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 Ja, keine Chance. Ja. Ja. Klapp's drauf? Was hab ich immer drauf? Und? Und? Wie sagt jetzt? Wie zum Finale! Stimmt, was so! Ich hab' nicht verstanden! Stimmt! Warten, warten! 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 Denkst an so ein Stück! Denkst an so ein Stück! Der Künstler 2. Der Künstler 2. Rutsch! Schuss! Und die ist noch nie reingespringen! Ja! Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Schönes Ding Müller! Und den Hammer drauf! Das ist der Altenburger! Jawoll! Äh, 7 Stück! 70. Spielminute! Tor! Für unseren SVG! Torschuss ist mit der Nummer 16! Jason Müller! Fußball! Neuer Spielstand! SVG 2! Hossendorf 0! Jaaaah! 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 VWL! SvG 2! SvG 2! Sascha und der Eiger! Nein! Sascha war es eigentlich zu sehen! Ich habe sie ganz gesehen! Aber schau doch mal! Zu neun! Zu neun! Danke! Der ist vom Bier bestellt, ne? Oh, hier, fast vergessen. Umzustellen, wacht. Haben wir, was? 71. fast 72. Jetzt ist 72. Wie der erschreckt ist, ne? Ey, Felix. Ich hab auch schon eine Frage. Der Tonio? Der Tonio? Der Tonio? Ich hab van... Ich denk, ist mal die Spätschen. Der hat ihn ja stehen lassen. Steck weg! Steck weg! Schmein, weg? Stark, Jay. Ich kann jetzt zum Kredit kommen. Ah, raus! Oh! Das kippt nicht, gell! Ist da eigentlich der Marktwert geschrien von Igor? Wenn der nachher noch eine gute macht? Hier, ich hab zwei, wenn ich entkomme. Hey, Peter, ich saß hier. Peter, mit dem Brettzettel. Alter, die sind warm. Deine Mutter hat gesagt, ich will eine kaufen. Echt? Die wollten abgelaufen, oder? Bestimmt. Einer will, dass wir nicht spielen. Ja, 27,924. Aber die waren die ganze Zeit zu. Die waren die ganze Zeit. Nein! Oh! Oh! Mach rein! Ja! Hey, Peter! Peter, willst du mehr? Ja! Einerseits! Oh! 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 Wir haben gleich. Wollen sie doch machen? Wir haben das auch in den Nationalen. Schau! Ich schätze ich mich nicht dazu. Wieso? Jawohl, jawohl! Jawohl! Da brauchst du einen Klemme trotzdem nicht geben. Ey, Klemme, du wirst ja oplass gemappt hier, oder? Wow! Jawohl! Wieso? Sechstensitzen. Hast du Pünktig? Ja, ja. Und mal Hand den! Nein! Ja, nee! Ich hab drei Minuten eher angemacht. Hand den! Hand den! Komm! Hand den! Ja! Ja! Nee! Dafür, Junge! Wir bedanken uns bei der Nummer 12. in der Nummer 12. Neue Spielsache zu machen! Vollkommen! Ja! 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 Nein! 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 Das ist ein Liger. Felix? Jason und Jörg. Schau mal an. Schau mal an. Ah, okay. Einmal kommt keiner vor. Ach, du darfst ihn brecher. Das ist ein Liger. Wie sich. Ich kann nicht zu, wie der Rätschner kriegt. Äh! Das ist ein Rätschner. Das ist ein Rätschner. Wie Appelsson. Der muss aber schön nachs Läschen wieder rein. Nein. Der Pulz ist in der Nase oben, der Eklische. Wenn der wieder runterkommt, dann kommt der Rätschner. Ich muss das gut helfen. Ich muss das gut helfen. Ich muss das gut helfen. Nein, das ganze Salz. Salz? Nein, da ist nichts drin. Ihr hattet das so, dass das Salz nach oben trägt. Wie machst du das so? Heu, heu, heu. Das kann man. Ah. Ich bin jetzt nur mit Kopf. Ähm. Heu, heu, heu. Ja, da ist ein Leberfleck. Nein, ja. Das ist ein Leberfleck. Das ist Engelmann, das sie relativ gut geschnitten haben. 500 Personen gefällt einem viel. Das ist ein Limmelkaltes. In dem Haus. Das ist ein Limmelkaltes. Ein Limmelkaltes. Schön Preizeln. Europa. Süß. Gib mir ein wenig. Sech. 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 Was ist aus der Zeit? Acht. Acht. Sech. Bei den Gegnern ist die Nummer 4, der Johannes Eckstein. Und die Nummer 5, Jörg Sieben, vom Platz. Dafür im neuen Spiel ist die Nummer 6, Erich Richter. Und die Nummer 16, Luis Jelich. Guck mal, wo ich bin. Rätsel. Hast du reingespuckt? Doch, doch, der hat da reingespuckt. Das ist aber Lenkung, oder was du finde? Nee. Ich bin auf dem Ausland. Ich bin auf dem Preis. Ich bin auf dem Preis. Eingelögt. Ja, weißt du, was es ist? Das ist das für jetzt. Tschüss. Tschüss. Was? Ja, boah. Gute. Ja. Schau, Gute. Das ist meine Gute. Gute. Die Tor. Aber der ist gut! Ja. Wie soll's? Das hast du glaub backs gesagt. Und zwar bis zurッschung ist. Igo, was darf das gleich? Ich hab's noch mal gemacht. Wir starten in der Runde und jemand hat es gesagt und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, bei Fußball, gerade beim Training. Das gibt eine rote. Das ist rote, eindeutig. Gelb! Mindestens. Wollen wir auch mal gelb ziehen? Also da muss man ja auch mal gelb zeigen. Guck mal gelb zeigen. Hm 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 Leder! Leder, sieh! Los! Mach mal weiter. Mach mal weiter. Schüttest du? Leder, die sind wieder hier. Was gehst du jetzt? Ich gehst nicht zu elf. Dein Geil. Die Sendung ist völlig aus. Die Sendung ist voll weg. Ja, das ist gut! Die Sendung ist fast alle und die sind voll weg. Was ist das? Das ist wirklich toll. Der Video ist mit dem Rundfotraut. Technisch stark. Mindestens gelb. Das ist ein bisschen zu kasseln. Das ist ein bisschen zu kasseln. Das ist ein bisschen zu kasseln. Bei dir. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Kopfball. Jawohl, Jason. Shoot! Shoot! Da wollte er zu viel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin doch schon abgehört. Oh, oh, oh. Ich hab deutsche Scheiß. Ich hab deutsche Scheiß. Schlimmer. Thor hat ruf die ganze Zeit finden. Mein Bruder. Ich hab deutsche Scheiß. Ich hab deutsche Scheiß. Meep meep. Oh, nee. Das gibt's nicht. Ich hab die ganze Zeit. Oh, ich hab die ganze Zeit. Oh, ich hab die Kaiserin abräumt. Das ist total. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist ja. Machst du jetzt mal? So. Ja. Eine christliche Religion. Ha, 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 ha. Früher hat der Toni. Toni hat gerade gesagt, dass du eine christliche Religion. Oh, 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 oh. Was sind wir dir aus dem Dachau drauf? Ja, ja. Was macht's schon? Aber ich hab drei Minuten Ehren gefangen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sind wir dir aus dem Dachau drauf? Aber ich hab drei Minuten Ehren gefangen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Dann fragt man Toni an, dass du da fährst. Schöner fährst du. Ja, Jason! Ja, ho! Komm, Junge! Komm rein! Komm, Timmy! Ja! Der lässt sich doch mal einstecken. Der lässt sich doch mal einstecken. Der lässt sich doch mal einstecken. Was? Doch, schaffst du drauf. Ja. Also, halb ich mal. Wo ist denn jetzt hier der Mittebesatzung? Die Mittebesatzung? Ja! Nee, ich würde ihn nicht! Oh! Das wäre auch kein Gewinner. Ich mache noch! Oh! Jawoll! Jawoll, schöne Bogenlampe. Einergzeit. Äh, 7-8. Und mal ein Langball. Etter Babitz! Ja, das war Schweizer. Ich habe seine Altersgeld. Die ich kenne. Ich habe meine Altersgeld. So, alter... ...und so geil noch zu sein. Halt! Jawoll! Nass sie, Igor! Frenn! Nass sie, Igor! Komm her! Schieb ihn! Schieg ihn rein! Hääääääääää! Maloka? 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 Ich hab gedacht da... Alter ist das... Was? Wir haben jetzt... Oh ja, noch einer! Genau ihr Bildschirm, das kannst du auch richtig gut. Nein, du musst Google gucken. Ey, ne. Neh, nehm ich nicht an. Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Du darfst den Samstag haben wir doch... Die Woche fängt das an. Sonntags sind die... Kommt rein! Steht? Was, die Normen hat 3-1? Ja, die haben 3-1 bestimmt. Ja, die haben 3-1 verbunden. Ey! Babsch! Ist das Babsch? Gegen Chemnitz? Wo denn los? Weil fucking dumm ist. Weißt du wie es dynamisch ist? Jetzt wissen wir auch nicht. 3-1 bestimmt oder so. Also Stand drinnen. Ja, 3-1. Nee, niemals. Da gehen wir zwischen den Haferlauf. Ich kenne nicht so so eine Gorken-Truppe. Er will! Er will! Zehn und 2 Minuten. Zeige ich dir nicht. Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Jawoll! Gute Ballerung! Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Ellen Wirtgen! 1-0? Das ist ein 1-1. Wir haben 3-1 verloren. Wir haben 3-1 verloren. Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Ja, da raus ist der Johnny. Möglich? Ja. Mann, eh. Fehler aus. Warum hat der denn 2-1 verloren? Nein, das war schon zu ernst. Wenn du den markierst, dann steht da 1-1. Ja, 3-1. Wie steht's? Äh. 4 Minuten? Ende 9. Der hat aber zu angefangen hier zu zeigen. Ja, 3 Minuten oder so. Ja, das ist ein 88. Neck, 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 neck. Ich bin auch in Hamsloff. Ich bin auch in Hamsloff. Ich bin auch in Hamsloff. Alle auf Platz. Ich bin auch in Hamsloff. Ich bin auch in Hamsloff. Ich bin auch in Hamsloff. Oh, das kann er mit Gefühl! Mit Gefühl! Ja! Ja! Ich bin auch in Hamsloff. 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 Die 89. Spielminute. Tor für unseren SVG. Tor schützt es mit der Nummer 7. Unsere Lieblings-Portugese mit den 4 zu vielen Namen. Siegen wurde das Auto. Neuer Spielstand ist seit 3 zu 0 für den SVG. Anfänger von Ego und Arno. Halterücker vom 80. Jetzt wisst ihr euch. Jetzt wir uns viel zu Ende! Den Mann und Poff. Du Garbrito! Du Garbrito! Der es ist Zeitpunkt und Possen kommt. Hallo! Ja! Ich bin von den Gorn! Heißt, von den Gorn? Komm, pfeif ab. Ey, Klümmel, die brauchen dich! Der schwimmt dann nach Nühlbach. Aber wer war's? Ich hab auch keine Ahnung, wer das war. Einfach so ein 3-1 hören. Ja. Es war E3. E1. Kann man machen, muss man aber nicht fragen. Der will es aber jetzt wissen. Ja, ja. Oh nein. Was? Ja! Jawoll! Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh, meine Hände. Ja doch, die gelben. Du wolltest auch auf dem Schildrecht. Passt los. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja, ja. Erinnerst du dich zu deiner Aufgabe machen, oder? Nee, 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 Kollege, so läuft das ja nicht. Ach, eigentlich ist kaputt. Interview ist super, gut. Ja, draufhalten, schön draufhalten. Ja, ist halt immer drauf. Ja, Elias, magst du rüber, dein Vorderwort geht raus? Ohne, 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 ohne. Soll ich mal Tim holen? Den durchst du uns ab hier hochpfeifen. Tim und Jason, sauber, ja. Hier, unsere Kamerafrau. Schaut jetzt mal so rein. Oh, Latte! Ja, Maxi, Maxi, das kannst du noch mal zum Interview sagen. Wie war das? Kannst du noch mal zum Interview sagen, ja. Weißt du schon lange haben, drei Wochen? Genau. Wir wollen ein paar Seiten vom Tiber. Mit null Minuten, drei Sport. So, Maxi, was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, sensationell. Musst du erst mal schlagen, die Kunden. War mal gut. War easy. Hast du noch eine Frage? Wie kommt es zu der gelben Karte? Ja, hat Schiri irgendwas gehört, was nicht passiert ist, ich weiß nicht. Also, du stellst mir eine Frage, hast du Antworten, kriegst du Geld? Weißt du nicht. Kannst einfach nicht machen. Wie hast du mir Antworten? Aber im Großen und Ganzen war es halt einfach, oder? Ne, das sagst du schon. Für mich schon, weil du stellst rein. Ja. Wir brauchen einen Tim. Felix, ich frage mal ein Handy. Mein Handy ist doch in der Stream. Ist es mir leicht? Ja. Alex, Insta, gefällt deine Story? 500 Leuten. Hier. Wollen wir einen Scheiß noch machen? Eigentlich ist der Tim, ja. Ich glaube, die Kamera immer unten ist. Ne, runter. Zeigt. Ah, hier, der Tim, Vorzeigesputler. Der einzige, der hier ausläuft. Interview. Interview. Tim. Na, weil du einfach geil bist. Was sagst du jetzt zum Spiel? Interview! Ja. Wettklasse. Schweinepossen drauf. Nein, das war noch Spaß. Aber trotzdem ein kleines bisschen. Auslaufen. Ja, Mensch, warte. Ja, Mensch, warte. Scheiße. So, anders kann man ja einen Tilo Klaus mal hier hochholen. Keine Interviews. Doch, heute, ja. Letztes Jahr, letztes Mal schon nicht. Ach so. Hallo. Hast du aber so eine Zuschauer, ne? buttest. Jetzt können dir auch mal einen Altenberger herholen. Ja, er ist neutraler Stümmel. Stefan. Was hast du denn für Fragen, wenn der Maximilian Seidel gelb-rot auf der Bank kriegt? Das hat er ja nicht gemacht, das ist ja die Frage, wann kriegt er Gelb Räupt auf der Bank? Hat alles gegeben dafür heute. Los, hau raus. Was sagst du denn zum Spiel heute? Was soll ich denn zu dem Spiel sagen? Weltklasse mehr nicht. War schon gut gespielt, ja. Jeder einzelne spielt. Genau. Mal sehen, wenn wir durch Europa ziehen mit der Truppe, ne? Genau. Was wir uns auf der Bank gefragt haben, wie viele Portugiesen wir kennen. Und der Lieblingsportugies ist der. Oh ja, er lacht noch eine, ja. So. Lass mal auf den Klimt nochmal drauf hin. Ja, kliff, hör auf den Klimt drauf hin. Hey, Klimt! Klimt! Mit, äh. Das ist ganz schön verzögert, das Bild, finde ich so. Ja, ja, ja. Ne, das ist, äh, damit es dann nicht wackelt, also damit es so wackelt ist schön. Ja, also Rofi, ein bisschen Dämpfung, Dämpfung. Genau. Bisschen Köln Bier. Ja, aber ich kann ja wohl nach, äh, bei euch zu lassen. Jason Müller. Sascha noch drin. Sascha, ist noch drin, weiß ich, hat der Sascha noch drin jetzt? 1,2 Sekunden noch. Noch. Zur Spitzenzeit waren wir 2,4. Jetzt unterscheid ich auch noch nicht gar nicht. Da ist man schon. Ach, hier, der Oeppinger, ach. Oeppinger. Geh mal ein Stück weiter runter, ein Stück weiter weg. Nee, nee, mit dem Gesicht zu mir, du. Was sagst du noch zum Spiel? Die Kamera. Ja, du, wenn du es da vorne nicht machst, kriegst du es hinten. Heute machst du es nicht so, alles Gute. Der Wessi hat gesprachen. Das Seile kriegt immer eine Schürze hin. Auch hier, der Ecke, der tut es schon wieder bestimmt. Der Ecke spielt sich über das Loch auf, weißt du? Steve, der Ecke spielt sich gerade über das Loch auf, was der Mann vorhin geflickt hat, weißt du? Weißt du, bestimmt. Frag, weißt du, ist das wirklich schon? Kass, der Ecke, ist das wirklich schon? Nee, ja. Aber da brauchst du nicht aufspielen. Wir haben gedacht, ich mache erst einmal wieder. Apfel-Junge. 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 Ja, ja, der Bül. Ja, der Bül. Hallo, ich bin der Köln. Bin ich gesperrt? Jetzt. Bukal. Ist das alles gelb oder gelb-Rot? Gelb, aber zwei gelbe Karten habe ich den Bukal gegeben. Zweimal auf der Bank. Spielst du eh nicht die nächste Wunde? Du willst eh nicht da sein? Ich habe gerade gedacht, ich mache den erst ab Halbfinale wieder. Also die haben das zumindest gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das nach zwei gelben Karten? Zwei gelben, doch, ja. Die werden erst ab dem Halbfinale gelöscht, glaube ich. Das ist da in der Champions League auch. Das musst du eigentlich wissen. Ist das sinnlos. Oder, Sascha? Frage ans Publikum, an die Zuschauer. Eine 50-Cent-Frage. Ab wann werden Karten gelöscht? Genau. Jetzt. Schreibt in die Interviews. Danke. Was, in die Überkühle? Wir laufen da noch. Und dann die Kommentare. Und dann die Kommentare. Warte mal, kann ich gut? Du schweigst nicht. Na, mach halt die Bank weg. Ich muss aber nur überlegen, was ich mache. Ja, du. Oh, haltest du doch so. Halbina, lecker, meine Bank. Halbina, lecker, meine Bank. Jetzt hat der Keeper, wo wir nicht zum Glück halten. Na, der Pierre. Ey, das ist ein Kind mit dir da. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Lebenslang gesperrt, der Kunde. Wo ist noch Maxi? Das ist wohl lebenslang gesperrt. Naja, das wurde ja gerade reingeschrieben. Jetzt werden wir noch mal sagen, Sascha. Ist eigentlich das Beste, dass der Maxi jetzt gesperrt ist. Ja, lebenslang. Lebenslang. Markus, das lebenslang gesperrt steht gerade hier drin. Ja, hier, unsere... Nein, ich geh bitte nicht ins Bild raus. Ja, wir sehen noch, wir sind live. Ich geh. Tut doch nicht jemand das Bild crashen? Jetzt tut er das Bild crashen. Warum? Warte mal, wir stehen mal woanders hin. Guckt euch mal hier, den schönen 16er an. Jetzt geht er wieder ins Bild rein. Wieder weg hier. Da furchtelt er rum. Das packt er schon auch schon, ey. Ja, aber ich brauche mein Handy sehr viel. Mein Handy hängt da gerade noch fest. Mach doch gleich was, dass der Handy haben wir es. So, liebe Zuschauer, wir beenden den Stream. Nein, hier kommt der Maxi. Ich habe die Frage, wurde beantwortet, eines Zuschauers, anonym. Ja. Lebenslang gesperrt, da konnte ich das ja... Das war's wert! Für sämtliche europäische Wettkämpfe. Ja. Wir schließen. Schönes Wochenende, euch. 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 Schönes Wochenende, euch.